Und damit ist es wieder nackt. Ja, du bist lange auch nackt. Lass mich doch. Lass mich doch. Ich meine, spricht dir nichts gegen, aber trotzdem. Hier sind nur noch Kinder anwesend. Mein Gott, sind das Runden. Ja, du. Hat sie nicht gesagt. Komm, Stack, Kill, Stack, Kill, Stack, Kill, Stack, Kill. Stack, Kill. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Aua. Nee, 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 nee. Ladisch. Wenn ich jetzt tot bin, weiß ich, dass es Sinn ist. Weil ich dann tot bin. Was? Welcher Saftsack? Wo? Ich möchte was anmerken. Ich habe gerade in O2. Es waren Likes. Ich war in O2 drin. Ich habe eine Task fertig gemacht. War fertig mit der Task. Und dann habe ich den Report-Button gesehen. Ich bin reingegangen. Ich bin reingegangen nach O2. Mach die Task. Sending stand da. Komm aus der Task raus. Licht ist aus. Geh raus. Sending Lichter. Wer war alles bei Navigation auf der Ecke? Warte, warte, ich war an Admin. Wir können das gut aufdrüllen. Max, ich war an Admin. Wer war in Storage unten? Ich war an... Das kann nicht gewissen sein. Warte. Warte. Darf ich noch kurz was loswerden? Also ich weiß, dass gleich rechts von der Cafeteria reingegangen sind Jakob, Lukas, Alex, Linning und ich und Lukas. Ich bin unten durchgelaufen. Aber ich glaube, dass ich Lukas nicht habe. Weiß ich auch. Also was ich noch weiß, auf jeden Fall, Neil war oben am Download oder Upload. wieder Weapons. Dann habe ich den auch gemacht. Und dann kam Lukas, Jakob war jetzt schon als erster durch und dann kam noch Cobra und Sinning. Also Jakob stand in O2, wo ich reingegangen bin für... Und dann gingen halt die Lights aus. Danks Gott, möchtest du mich saßen? Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann kam Singen, Mann Scheine dazu und Cobra ist da auch noch irgendwo. Wer war denn eben zu weit in Storage? Und das war ich? Wenn das zwei waren, dann waren das ich und Amme. Amme ist dann nach unten weiter. Ja, ich war ja auf dem Weg zum Electrical. Es kann natürlich auch jemand von den Detective. Ja, wenn du da runterläufst, dann kommst du Ano 2 durch oder an Navigation und dann zu Shield. Was? Ne, ich war kurz vor Shields gerade. Ich würde es kippen. Ich würde es kippen. Die Person, die in Shields und in Comics war, das war ich vorher, könntest du gesehen haben. Ich behalte mal Neil im Auge. Das gefällt mir nicht. Das Problem ist, ich kann Ihnen eine bestätigen, dass Lukas durchgelaufen ist. Lukas hat halt schon wieder diese komische Stimme drauf. Der muss aber noch ein bisschen mehr reden, damit ich meine Sachen überprüfen kann. Alter, diese Task hasse ich auch so unfassbar. Entweder kriegst du die extrem schnell durch, weil du Triggerfinger happy bist, oder du hast halt gelost. Los, 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 los. Fertig. Dann geh. Ja, okay. Oh, ey, diese Drecks-Task. Auf Kamera. Yo. Also ich kam so schnell. Also ich dachte, du hast die leichte Repertor, sorry. Auf Kamera? Ja. Wer hat sich gerade oben in den Cafeteria getroffen? Zwei Leute. Max kam von oben. Das weiß ich noch. Ne, ne, zwei Leute müssen sich in den Cafeteria getroffen haben. Max kam von oben. Also eigentlich kam von oben. Ich bin durch die Cafeteria durchgegangen und hab da keinen gesehen. Von links, ne? Äh, ja. Bin von Madwege gekommen. Aber das ist... Also ich kann sagen... Also entweder Jakob oder Alge dann. Wenn Jakob nicht self-reported, dann ist es Alge. Ich kann sagen, ich bin in Electrical. Das ist eigentlich schon. Äh, Alex und Jakob noch. Dann ist... Das kann nicht von Alge sein. Ich glaube, Jakob ist auch. Wir waren beide mit Alge doch im Dings, ne? Äh, im Electrical, ja. Ja, und wir sind doch beide zuerst rausgelaufen, ne? Ähm, was heißt zuerst rausgelaufen? Ich hab erst kurz gewartet, bin dann nachgekommen, weil ich dachte, Lukas ist wieder unterwegs. Also, Alge war noch bei mir drin, bei Electrical. Sie weiß nicht schon, als ob er erst rausgelaufen ist. Und dann hab ich nie wieder in Alge stehen. Okay, Lukas und Chris, nicht beide. Ähm, weil sie müssen mit Alge, aber deswegen lass erst mal ausschließen. Lukas und Chris, nicht beide. Ähm, Alge, Hände, kommt Mettling. Wir könnten halt trotzdem beide sein, aber das ist eigentlich ziemlich unwahrscheinlich. Nein. Also es sind... Ne. Ich würde sagen, es ist Alge. Lukas spricht doch noch ein bisschen mehr. Da war einer noch in Electrical. Wer war zuletzt in Electrical. Ich? Ja, Cobra. Da bist du ruhig raus. Er ist Richtung Storage. Ihr habt Cobra gesehen in Storage noch. Ja, der kommt mir dann entgegen. Richtig. Aber seid ihr gleichzeitig raus. Seid ihr gleichzeitig raus. Zimiszeit. Ja, ich bin Kunt. Und dann bin ich ins Deutsch. Dann wollte ich den mal... Ich würde sagen, es muss aber Alge sein. Ich würde sagen, Alge und Lukas. Hä? Mal, Lukas. Ja, ich hab's nicht. Ja, ich hab's drauf. Ich hab's drauf. Aber letztendlich kann Lukas sagen. Ja, theoretisch. Ich weiß auch nicht. Alex, du stand's eben neben mir, okay, oder? Alter, Lukas. Der muss noch ein bisschen mehr sprechen. Aber ich hab's irgendwie so ein bisschen im Urin. Also ich kann's ja nicht sein. Ich war ja während der Kills die ganze Zeit nicht in der Nähe. Deswegen würde ich Cobra, also mich, schon mal ausschließen. Ich hab's im Urin. Es ist der Lukas. Oh, Lukas. Ich will mich. Ich dachte gerade schon. Ja, Alge und Chris. Alge und Chris hab ich auf Camps beobachtet. Das muss jetzt Alge sein. Chris hat gerade Alge... Ich weiß, ich mach mich Stars, wenn ich so schieße, aber... Also ich kann... Ich kann sagen, die Leiter war Camps. Richtig, hab ich jetzt die Frage, ob's Alge oder... Ja, ob es aber... Kobra hat Lukas in Admin gedefft, glaub ich. Ja, was heißt gedefft? Ich hab eigentlich mit meinem Tod gerechnet. Nee, aber du standest ja quasi so, dass ich dich noch sehen konnte. Deswegen hab ich mich da hingestellt, richtig. Und Lukas, ja. Lukas war im Table... Am Table, ne? Genau, richtig. An der linken Seite. Hab ich mir so gedacht. Ähm... Ich mein, Alge sagt mal Nix zu liegen. Ja, das ist Standard. Alge, wo sind die letzte Worte? Ah, ich würd da auch denken. Ja, aber gerade war Chris schon so. Und ich meine, wenn Chris sogar bei sieben Leuten sagt, es ist... Fast 100%... Ja, wobei, er hat ja nur gesagt, dass... Ja. Okay. Tja, Lukas, das müssen wir nur noch dich, ne? Dann, äh, Moment. Wer ist außer mir Proof? Niemand, ne? Ich sprich sowas früher an. Ich habet im Jurim. Eine starke Vermutung. Es ist noch nicht... Es ist noch nicht komplett bestätigt, aber eine starke Vermutung, dass es Lukas ist. Ich brauche nur noch den, äh, finalen Beweis, der mir das unterstreicht. Alter. Irgendwer ist da drinne. Max geht nach rechts weg. Kommt mal jemand? Hallöchen! Alter, Lukas, bist du dumm? Ich hab's einfach nicht getroffen. Es ist richtig... Bist du dumm? Aber ich weiß. Ich weiß, ich hab's einfach... Ich kann's nicht alles beschreiben. Ich wollte gerade draufdrücken. Wo, Max? Wer war als erstes da? Alex. Wann bist du, Lukas? Nee. Doch. Nee, wo ist die Leiche denn? Wo, wo, wo? Wer und wo? Was hast du gefunden? Du hast... Was war das? Du musst mir sagen, in der Richtung. Und dann kann ich sagen, ob Lukas es ist. Also, erst mal gefunden habe ich eben Cam's. So. Das heißt, es war direkt... Ja, Lukas. Reaktor ging an. Warte, 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 warte kurz. Das ist ein 50-50 zwischen mir und Alex, richtig, aber warte kurz. Reaktor ging an. So, einer war... Ich war bei Admin an dem Zeitpunkt. Hab ich gesehen, instant einer war, ist direkt Reaktor rein. Ja, das war ich. Und Ewigkeiten kam keiner. So, Ewigkeiten kam keiner, genau. Weil ich hab nämlich beobachtet auf Dings, auf Admin. Hab ich gesehen, wie Neil quasi, der ist runter Storage und müsste dann eigentlich über Shields hoch dann gelaufen sein. Aber... Du warst bei Admin, oder was? Ja, ja, eben. Aber der ist dann auch gestorben. So, jetzt ist der auch... Das kann ich übrigens bestätigen mit Max, weil der ist nach rechts weggelaufen aus Electrical. Ja, aber dann könnte... Ja, gut, okay. Aber ich glaub trotzdem, dass nicht, dass Max ist wirklich... Also, nochmal für dich, Max. Ganz am Anfang. Ich hab extra drauf geachtet, wer wohin läuft. Alter, Lukas, du alter Scheißdreck. Nach links ist gelaufen. Jakob, noch jemand und Alex. Wirklich. Ich weiß nicht, wie lange der schon liegt, aber ich war's wirklich nicht. Ich bin nach rechts weggelaufen. Von Cooldown her macht's keinen Sinn, Lukas. Weil Jakob liegt tot in Camps. Das heißt, wenn Alex ihn gekillt hätte, hätte er Cooldown. Das heißt, wie soll er dann oberst Neil killen, wenn er schon im Reaktor stand? Dann war er nicht da. Dann war er nicht unten in den Storys drin. Wirklich, Max. Glaub mir. Flieg, du alter Pisser, du. Oder aber im Reaktor liegen. Boah, alter Lukas. Hast du's? Hast du's? Ja, aber natürlich hast du's. Aber ich hab ihn extra links gekillt, weißt du? Ich hab ihn extra links gekillt bei dir. Wie war das? Lukas, wie war das? Früher hab ich Bücher gelesen, heute lese ich dich. Lukas, aber das war schon richtig, also das war schon richtig risikohaft. Ich hab dich schon direkt gesnackt. Achso, ne Moment. Ja, aber das war ja wegen Licht, also das war okay. Ich wollte Alex ja schon eigentlich die ganze Runde langsassen. Ey, ganz ehrlich, das tut meinem Ego so gut, dass ich einfach Lukas ziemlich, ziemlich safe als Impostor outen kann. Für mich zumindest. Ja, aber es waren halt eigentlich zweimal Sass auf Alex, also das hätt's auch echt du sein können, keine Ahnung. Also schon beim ersten Kill, ich glaub, das hätt ich mal so erfolgen. Verbrauchst du jetzt beim Schießbefehl? Ja. Danke. Ich bin halt über den Gamble eingegangen, weil es waren jetzt noch, ne, zwei Sekunden waren noch übrig. Ja, ja. Und ich bin halt, ich muss mich sagen, entweder gehe ich Reaktor oder ich gehe Camps. Weil Camps dachte, ich lege Leiche, wenn da keine Leiche gelegen, dann wäre... Das war halt echt so knapp, also ich hab echt extra nichts abgedrückt, natürlich. Das war halt echt ne Sekunde. Ich hätt einfach Alex killen sollen. Ja, hättest du, hättest du. Vom Kill-Cooldown war ich, glaub ich, eine Millisekunde zu spät. Ich hab bei drei aufgehört, dummerweise, weil ich wirklich dann auf das Dings da gedrückt habe. Und ganz ehrlich, hast du wirklich verfehlt oder warst du... Nein, er stand weg davon. Nein, ich hab aber wirklich auf die Aufgabe gedrückt und deswegen ging mein Kill-Cooldown nicht weiter runter und ich hätt einfach nur dir laufen sollen. Er hat den Kill-Cooldown, aber das war so knapp. Ich hab nur gedacht, wie dumm muss man eigentlich sein, weißt du? Ich geh runter, drücke drauf und er... Aus meiner Sicht war es eigentlich zu greedy, weil es war eigentlich klar, dass meine Leiche doch gefunden wird, oder? Oder wusstest du nicht, dass Max im Ding sitzt? Nein, ich wollte ja, dass du gefunden wirst, aber schon viel früher eigentlich, dann hätte ich Alex es lassen können. Ja, also wir reden doch schon über die letzte Runde, da können wir ja wohl noch... Warum startet ihr dann nicht schon direkt? Wartet doch noch. Der Cheese-Befehl. Ich sag's euch, der Cheese-Befehl zieht immer. Ich sag's euch, der Cheese-Befehl zieht immer. Ich sag's euch, der Cheese-Befehl zieht immer. Chills sind wieder aktiv. Na, wunderprächtig. Oh, wunderprächtig. Türen sind zu. Ah, das Ding ist tot. Ja, Lukas. War eine ziemlich gute Idee, Amelie, da die Tür zu machen. Aber ich habe euch ja noch bei Nev gesehen. Ja, wo liegt der? Bei mir hing gerade alles. Also ich bin am Anfang, ja, Astrid gegangen, habe ich ja noch gesagt. Dann bin ich zu Nev, da war dann Amelie, dann kam Chris dazu. Und dann bin ich nach unten gelaufen. Dann kam ja Alex und Dingens entgegen, fast nicht, ihr, glaube ich. Und ja, wie gesagt, ich habe Amelie und Chris da als letztes zusammen gesehen. Die sind wahrscheinlich nach oben gelaufen, Amelie hat ihn umgebracht und das war's. Also müsste eigentlich sein. Ja, in Cafeteria. In Cafeteria? Ja, und ich habe eben noch bei Admin zwei Leute oben gesehen, da dachte ich mir schon, das muss jetzt Amelie und Chris sein. Aber dann wird es ja Cafeteria, da weiß ich aber überhaupt nicht. Für Jakob oder Algen, ja. Ja, doch, da sind wir gespielt. Warum? Weil ich gerade auf Admin den zweiten Kill gesehen habe und neben mir stand Oberst Neil und Kopa. Wir waren zusammen eingesperrt Admin. Ja, da muss einer von den beiden sein, aber trotzdem ist Amelie. Der ist gefallen in Electrical, das heißt für den zweiten Kill kann es nur Jakob oder Algen sein. Und wenn jemand für den ersten Kill würde, geht das mit Lukas oder Amelie sagen. Ja, aber lass jetzt erstmal Amelie rausfahren und haben das safe an. Also wir müssen nicht voten bei 7, aber trotzdem ist das eigentlich eine klare Sache. Ja, Moment, aber das wird doch jetzt nur ein Imposter sagen, oder? Natürlich, deswegen bin ich auch ein Imposter. Nee, das ist jetzt... Aber ja, komm, ich finde es komisch, dass du als Sass jetzt sowas erwähnst. Ja, sage ich trotzdem, ganz kurz, ich war mit Lukas, wir waren ja mal rechts, ne? Ja, komm, Lukas ist es nicht, Lukas ist es nicht, Lukas ist es nicht. Ich würde danach Lukas raushaben, natürlich. Lukas ist es nicht, das merkt man in der Stimme. Das merkst du in der Stimme? Hör auf die Stimme, hör was ihr mir sagt. Wenn er so drauf ist, ist er kein Imposter, nee, nee. Glaubst du echt? Glaube ich nicht, nein. Nein, Lukas ist kein Imposter, nein. So schau. Also entweder freut er sich gerade hart über diesen Kill, dass er Amli rausgekickt hat. Oder ist es nicht. Amli hat sich halt auch kaum verteidigt, ne? Was ist das? Ach, mach, 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 mach. Not immer. Da ist es nicht, das ist, das ist nicht. Egal, du bist da tanzen. Da ist er mich nicht. Da ist es nicht. Lukas darf es jetzt nicht sein, wenn der jetzt Impostor ist und ich hab den äh, ich hab den... SACHE ICH DOCH! Hast du echt zwei Kills gemacht? Ja, wir habt den Kilo gemacht, wir habt den Kilo gemacht. Ich hab nur einen jetzt diese Runde gemacht. Ich auch nur. Hau ich dich auch noch zum Emergency, weil äh... Ach ja, wir waren ja bei den Kilo. Wie habt ihr Kirst umgebracht? Entschuldigung, Amelie. Kirst? Das war ich? Ja, ich kann das mal aufnehmen. Amelie, du musst dich halt verteidigen, ne? Das ist schon essentiell wichtig. Ich hab's doch noch nicht, ich konnte noch nicht mal... Lukas, Lukas ist ein größer Lügner, Lukas ist ein Schwein. Ja, aber er war kein Impostor. Der betrinkt euch alle. Oder einfach sagen... Guckt euch mal die erste an, den der aufm Kopf hat. Ich wusste schon in dieser Runde, dass ich in der Lächelkülle sterben werde, weil ich dort vier Tasks hatte. Da wusste ich schon, da in jedem Raum werde ich sterben. Ich hab halt überlegt, ob ich dich am Leben lasse als mein Alibi oder dich umbringen. Ich hab' den Urlaub für dich ausprobiert. Und wir werden ja auch direkt in der Urlaub vermitteln, wenn wir… Und da sagt die Reaktion, wir müssen nochmal die Reaktion, die es третьig sind. Ich hab' eine Art ausprobiert.